Wir zeichnen jetzt die Paula hier drauf, also eher gesagt diesen Make-up-Look. Wir starten jetzt hier zuerst mit der Skizze. Das wird jetzt alles angemalt. Dieses Auge war irgendwie voll leicht zu zeichnen, weil es einfach kein Iris da war. Ich finde es halt auch irgendwie richtig interessant, wie man einfach Kunst aufs Gesicht bringt. Ich würde mich erst freuen, wenn ich sowas aus Blatt kriege. Das ist einfach Kunst auf dem Gesicht. Kein Make-up. Dieses Bild war an sich auch richtig schwierig, weil ich da diese Tesla-Kugel zeichnen musste. Keine Ahnung, ob die so heißt. Und dann auch noch dieser Schmuck, der war so undetailiert. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Aber am schwersten war halt auch das Gesicht, weil... Dann habe ich mich dazu entschieden, die Nägel pink zu machen, weil es hat voll gepasst. Und sorry, die Haare sehen einfach aus wie Spaghetti. Einfach wie Spaghetti. Das Bild hat sieben bis acht Stunden, glaube ich, gedauert. Und diese Kugel war irgendwie voll schwer zu malen und hat voll lang gedauert, weil es einfach dieses... War halt so komisch. Das hier ist das fertige Schmuckstück. Markiert sie gerne und ich hoffe, es gefällt dir, Paula. Tschüss.